Was geht Leute? Wir sind wieder Dino Brothers hier. Ich bin's wieder, euer Wolfram und wir spielen wieder Fortnite Battle Royale Teams mit dem Ludwig. Hallo Leute, ich bin sauber. Ja, mit dem David. Hi, wir machen jetzt einen Rollen-Fig. Und das würde ich am liebsten wieder rausschneiden und mit dem Samuel. Klack. Ja, ich habe schon den Herrn. Ihr heißt ja, ich den Herrn Salzen drunter schon mit dieser anderen Form. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wenn ich hab den Schnee-Typ und man zahlen den Schnee-Typ. Du musst aufs WC. Kopfbedeckung, Schlacht, Busballon, Ballon. Alter, du brennst dich vom Klinchen. Alter, Alter, ich muss auch. Und der Luther hat sich Schneesoldat gekauft. Wolfram. Die Paddel gibt es heute im Shop. Ja, David? Bist du der Weihnachtsschirm? Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Könnte man so sagen. Leute, bitte, falls euch das Video gefällt und ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann bitte abonniert unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen. Und nicht vergessen, Glocke aktivieren. In letzter Zeit konnten wir halt eher kein Video rausbringen, weil, ja, wir sollten nicht spielen. Aber, ja, ja, ja. Wolfram. Ja, wie? Ja, wie? Ja. Bist du der Weihnachtsschirm? Mal, David, bitte hör damit auf. Das tut wirklich in den Ohren weh. Weihnachtsmann ist am Start und mich hat es einfach wieder in den Ladebildschirm reingehauen. Mich auch. Was wollen wir denn hier? Was wollen wir denn hier? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Alter, was ist das? Weihnachtsmann, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Der... Ich habe... Sagen, wohl, bitte hör auf. Das Video muss plus 18 sein. Ja, ist halt echt so. Jetzt kann es schon... Jetzt kann man schon ab plus 18 raten. Null? Null? ich habe genau eine graue er ja gerade gedacht dass doch nur die graue er war und ich habe eine fahrer Sitz die hofarten auch feiern aber auch mit seiner sparen wird mit seinem skar werde ich nie widerspielen außerdem ich habe mal mit jemandem gegen eine graue Art er gekämpft und er hat einfach gewonnen ich schicke ich wie die Zeit es gab so schlechtes aim haben kann und danach es war so eine lila eine silenz gar nicht so eine graue AR da habe ich mir wirklich gedacht so ich werde nie mehr Sitzka benutzen ich spiele wenn der silenz gar nicht graue er muss ja bei mir genau gleich die würde ich ab jetzt machen was hier so oh ich habe neue Pumpgun ich habe die neue Pumpgun bei mir liegt eine normale Pump ein ach ja ich komm zu dir war Frank ich gönn mir Chica Chica Jackson Chica Chica Jackson macht sehr gerne Action im Haus ja im Haus oben ich habe einen Minigun ich habe einen Minigun ich könnte ihn kaputt sprayen durch die geht da in meinem Motto und meine oh mein Gott mir schießt jemand ab ja bitte kommt ich komm schon komm mal ich hab dich mit Papua rum ich hab dich mit Papua rum die ist nicht da oben ich hab dich mit Papua rum gut so also Ludwig so red man heute nicht gell das ist sehr unartig ach ich hab doch drei die sind alle down und den hab ich ungehauen ich hab dich mit Papua rum Ludwig Wolfram du bist du brauchst nur ein Schotter bist du tot wie Pentes Brot du brauchst einen Schotter bist du tot wie Pentes Brot ich hab grad einen vierfach Rocket Launcher bekommen von dem Typen da was ist das was du bekommst das ist was du bekommst nochmal schauen was du dafür bekommst oh Frank die ist jetzt jetzt auf die das ist eine AK-Fähre nicht wo ist eine AK dort wo ist markierbar ich brauche hier liegen die Klinik die Leute finden ja bitte ja was Frau das war mal hatte ich abgebildet er wurde sowas zum großen Na, hab ich noch nicht. Ja, gut. Danke fürs Lagen. Er wurde zum Busmann. Was heißt das? Ja, Junge, ich hol mir jetzt erst mal die AK. Hat er einen Hit? Ihr geht von links an, Digga. Ich hab sie gefunden, danke, Ludwig. Wache, Minigang. Südwesten, Südwesten, Südwesten. Ich hab vierfach Rocket Launcher. Jetzt kommt die Pressure. Ein Rocket Launcher, ein Rocket Launcher. Darf ich bitte Rocket Moon? Ich hab nur vier Schuhe und die sind drin. David, und darf ich jetzt Dingens? Aktiale? Warum muss ich immer nachkommen und dann bekomme ich nichts? Darf ich denn nicht in den Taschen? Was gehen wir dann, Zolti? Mal. Mal, Samuel. Mal, Samuel. Mal, Samuel. Bitte nicht nehmen. Ich hab den Taschen drin. Okay, danke. Ja, dann. Hat jemand für mich bitte Rocket Schuss? Ich hab nur vier Schuss. Ihr habt nur zwei Schuss. Na ja, geh mal jetzt, sollte und David, kannst du mir danach bitte die Schuss geben, weil ich hab gar nichts, bis auf die 4, oder? Ja, ich hab zwei Schuss. Na, ich geh da drunter erstmal in diese, diese komische Chesky-Looten. Da werd ich schon geöffnet. Da hab ich schon geöffnet. Mein Lieblings-Skin ist... Mein Lieblings-Skin ist auch nicht viel, Alter. Ich hab ihn ja schon geöffnet. Mein Lieblings-Skin ist auch nicht viel, Alter. Ich find der Burger-Skin ist von ihm sowieso schlimm. Warum markierst du die ganze Zeit Blutsel? ich komme kommt ihr bitte hier warte dann gönne ich mir noch ein verband auf geht's ja und dafür darf ich dann ein bisschen droppet schuss ja lass mich weiß nicht was passiert ich kann einfach nur mal Das ist nicht besser fliegen. Ui! Mal fahren! Ja! Kann auf fliegen! Steigt rein! Komm mal! Steigt rein! Steigt rein! Warte! Steigt euch rein! Komm! Hey! Lass uns doch! Land auf! Okay, wir schießen den Gegner ab, bitte schnell! Wir schießen den Gegner ab! Ach so! Oh mein Gott, ihr habt mir gerade so einen Schrecken eingejagt! Alter! Ich bin gesprungen! Darf ich Rocket Schuss? Hast du Sniper Schuss? Hast du Sniper Schuss? Äh, ja 18! Komm noch mal Dance! Boah! Woll dich! Dance! Komm mit Dance! Mach jeder Dance! Ja! Komm dance mal! Ich hab gerade noch mehr äh Dinges bekommen! Komm schnell! Komm schnell! Ich hole uns! Warte da bitte! Schau her! Ich bewege mich auch! Ehrenmann! Ich kann Spider-Man und die mit! Ma, ihr wollt fliegen! Wollt überlegen! Ma, Samuel! Lass das Flugzeug bitte! Schreit nicht ein! Ich konnte nicht einsteigen! Warte! Aufwand! Ja! Oh, hallo! Ich hab das ganz so ausgeschaut! Ich hab das ganz so ausgeschaut! Hintest du gleich abschneiden! Ist halt echt so! Wih! Malute, hör auf! Du machst noch mehr Aufmerksamkeit! Was ist dagegen? Was ist dagegen noch? Was? Wo? Was ist dagegen? 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 Ich hab nur grün! Danke! Na! Aufpassen! Gegner! So! Okay! Oh! 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 Junge, geh mal ins Flugzeug! Was willst du? Oh! Ich geh zum Flugzeug wieder! Hä? Wo ist das? Hier drüben! Komm zu mir! Dort wo ich bin! Luf mich jetzt! Lass mir mal fliegen! Boah! Ne Samuel, du fliegst immer in die Karte! Schlag das nicht hin! Du bist dumm! Du hast schlichtische Probleme! Ja! Ja! Kannst du eh ein Team machen! Ja! Jetzt holen wir hoffentlich den... Royalen Sieg! Ich war da oben gegen euch! Ja! Seh sie! Hab ihn an, hab ich hinter? Keine Ahnung! Rockets werden gesendet! Oh mein Gott! Ich hab ihn so... Oh mein Gott! Ich hab ihn so... Oh! 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 Ich hab dich? Ich hab diegel! Ich hab diegel! Aber ich hab diegel! David darf ich ein bisschen sniperschuss wieder? Ich hab der alle mehr einen sniperschuss gegeben! Ich hab jetzt nur noch 20 schuss in der diegel! Danke! Bei mir! Komm zu mir! Ja, warte! Ich hab jetzt diegel anstatt die... Ich hab jetzt diegel anstatt die... Ja ich auch! Ach nice! Oh mein Gott, Ludwig, das war so dumm. Ist das dein scheiß Ernst? Mann, David, red nicht du. Vor allem ist es geflogen. Ey, bleib da! David, bleib da! Ey, falls wir jetzt gesnipet werden. Ey, Ludwig, das war so blöd. Das war so blöd. Ich glaub, hier drin liegt ein Mad Kids. Ja, das hört aber an mir. Na doch, kein Mad Kids. Hä, was, wie hab ich das gekickt? Ja, ich geh auch zur Seilbahn und dann wieder hoch. So, vielleicht liegt hier drüben ja noch irgendwas. Ich geh hier drüben zu Seilbahn. Da oben ist ein Gegner, das wisst ihr schon, ne? Du auf den Berg. So. Gute Information. Wo auf welchem Berg? Auf dem rechts, bei uns bei... Hä, wohin geht's ihr denn jetzt? Doch, dort geschossen. Mal, Ludwig jetzt bitte nicht bei mir drauf. Danke. Warte, ich springe. Und du... Was machst du? Ähm, das war nicht der Plan. Sag mal, bleib da. Sag mal, bau schnell ein. Du kannst... Besser, Gegner. Ja, warte, ich kann nix. Der Ludwig daunt sich einfach selbst. Okay. Ich hab den Gegner voll. Ist aber mein Ludwig. Oh, Ludwig, du siehst auch Gegner. Das heißt, darf ich Ihnen an der AK? Danke. Ich hab die AK. Ja, komm, gehen wir schnell auf den Berg auf, he. Ich hab den Berg. Ich hab den Berg. Oh mein Gott, ich schieße mich halt so heftig ab. Warte mal erst mal. Oh mein Gott, ich schieße mich halt so heftig ab. Ich hab dir selber. Ja. ob alle uns wieder mitgeben ok ja 500 warte komm her da was was da jemand hat mich so heftig gehütet niemand hat den Wolf was äh da gebe ich dir elf Alter ich hab so mit dir hilf nur ja wo bist du ja David wir sind selbst wir haben selbst jedenfalls kleine Probleme sorry Samuel ja hab's gesehen David ich geh auf Finish na hat nicht funktioniert hab ihn was ok danke Samuel ey danke ey bitte Ludwig pass auf pass auf der Samuel halt mich gerade danke Samuel na ich hab selbst nur noch hat jemand äh Raketenschuss für mich hier hier ja bitte ey du bei mir fliegst du Samuel warte komm her ja Ludwig da Sniper Schuss 30 Samuel komm her Samuel komm her ich hab für dich da danke er ich hab all meine Sniper Schuss gegeben sorry ich brauch selbst für diegel noch darf ich auch für diegel ein bisschen ja ich hab hier ich hab dir mehr hier 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 Achtung darf ich auch noch mini Sniper hast du noch Es gab keine, sorry. Aber das alles kommt doch. Na, ich darf selbst kennen hier nicht mehr. Headshot! Ja, geh mal pushen doch. Ich hätte Rocket Launcher. Woll mal. Jetzt aber ja nicht das kaputt machen, wütig. Oh mein Gott, dann fragt's mal wieder. Da unten ist ein Lootwurm. Okay, hier. Hier. Hier ist noch einer. Okay. Auffassen. Nein, sie hat mich nicht gestreckt mit Schaden. Mit Fallschaden. Aufpassen, unter uns sind noch Gegner. Samuel bitte oder Lootwurm, bitte schnell. Da, na, da ist sie. Lootwurm schießt sie runter. Okay. Danke. Die ist richtig kettig. Die hat die Landung vermachtelt. Echt? Ja, gut. Gut so. Gegner, 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 Gegner. Guck mal, wie das aufkommt. Ja, unter uns habe ich gesehen. Und unter uns sind welche. Weiß ist, weiß ist, weiß ist, weiß. Das ist ein Lagerfeuer, weil sie braucht uns. Ja, bitte. Wo? Ja. Ja. Warte. Bitte, ja. Wir werden halt gerade so gesehen durch das sind noch zwei andere Gegner. David, bitte komm her und platzier das Lagerfeuer. Nein. Samuel, komm schnell her. Samuel, kletter schon mal her. Ja, so nahe wie es geht. Ich brauche das Lagerfeuer. Bitte, dass du noch ein bisschen was abkriegst. Mach, Samuel. Nutik, warte, ich hole dich schnell hoch. Ich bin so laut. Äh, ja, 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 geil. Wir müssen zone, wir müssen zone schnell. Ja, aber ich habe kein, ich habe kein normales life mehr. Ich muss zone. Werden wir fast gesniped. Ja, wir müssen halt erstmal zone. Nein, die zone hat mich so low gemacht. Ja, ich habe selbst auch nur noch einen, ich habe null Rocket Schuss. Okay, jetzt holen wir den, jetzt holen wir den. Hab ihn, hab ihn, hab ihn mit Siegel geholt. Nice. Drei Kiel, sie sind gut. Sauber, Leute. Also ich würde sagen, er ist ein epischer Inner Season auf jeden Fall mal. Ich würde sagen, das war ein gutes Video. Und ciao, Leute. Danke.